Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family, liebe Altcoin-Hasen. Wir werden gleich direkt in die Chart-Analyse hineingehen und prüfen, wie haben sich meine Analysen gestern gedeckt mit der heutigen Folge. Wir werden es gleich mal anschauen. Müssen wir gewisse Sachen anpassen oder sind auch die Targets fehlgeleitet oder sogar eingetroffen? Wir schauen es uns gemeinsam an und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Alles nach dem Intro. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, hier noch ein kurzer Werbespot von Atani. Atani ist unser aktueller Sponsoring von Swiss Crypto Jay, dafür herzlichen Dank. Atani ist eine All-in-One-Plattform, die es euch bietet, über 20 Exchanges miteinander zu verbinden und ihr habt die Möglichkeit, ob Hodler oder Trader, euer Lieblingscoin da zu kaufen, wo er gerade am günstigsten ist. Mega interessant. Gleichzeitig habt ihr die TradingView Pro-Version dabei und ihr könnt mehr als nur drei Indikatoren nutzen. Auch das ein riesen Vorteil. Zugleich ist Atani eine der sichersten Plattformen überhaupt mit einem aktuellen Militär-Sicherheitsstandard. Per Mausklick habt ihr die Möglichkeit, eure Steuern vorzubereiten, eben von eurem Portfolio und das relativ easy. Zugleich werden demnächst Vimex und Bybit noch zugeschaltet. Auch da arbeitet man daran. Auch Bitpanda ist ein Thema. Wollt ihr mich unterstützen, dann könnt ihr meinen Ref-Link unten verwenden. Dann unterstütze ich auch Swiss Crypto Jay. Ja, wir starten aktuell gleich mit unserem Liebling WeChain. So, als erstes immer wichtig, dass wir uns den Indikatoren etwas widmen. Das ist für uns natürlich entscheidend, dann auch beim Pattern etwas zu sehen. Die Indikatoren, vor allem die RSI, gibt uns eine klare Aufwindgeschwindigkeit. Dann, dass wir sehen, es geht relativ wieder hoch. Die kurzfristige MACD gibt mir auch schon ein Zeichen, dass wir kurz davor sind, mit der langfristigen zu kreuzen. Denn das Gewicht in der Analyse ist natürlich die langfristige. Die kurzfristige gibt mir nur die Hilfestellung dazu, was eben mit der langfristigen dann schlussendlich auch passieren wird. Ja, also wir sehen, wir bilden hier natürlich ein schönes, symmetrisches Dreieck, wohin jetzt hier genau die Reise gehen wird. Theoretisch kommen wir von oben, müssen wir theoretisch also auch nach unten ausbrechen. Und da sind wir jetzt noch ein bisschen zugeneigt dazu, das ein bisschen weiter zu beobachten. Aktuell formt es hier einfach wunderschön. Man muss aber auch sagen, wir bleiben hier aktuell, das ist so typisch beim symmetrischen Dreieck, das 0,5er. So der indirekte goldene Schnitt beim symmetrischen Dreieck. Da sehen wir jetzt genau, ob wir jetzt mehrfach darüber kommen oder ob die Kraft hier schon eher unter diesem 0,5er ist. Und das ist dann auch wieder so ein kleiner Indikator für uns, oder besser gesagt eine Hilfestellung. Alles, was hier so quasi darunter liegt, das ist so quasi die grössere Stärke, wenn man es mit oben anschaut. Also ist für mich schon das Indiz aktuell eher, dass wir dann auch nach unten ausbrechen werden. Aber die Indikatoren, wie gesagt, hier leicht bullisch. Ja, kurz vor einer Kreuzung, dass wir eben dann auch in der bärischen Hälfte ein bisschen Schub kriegen nach oben. Das bedeutet, die Chancen sind da, dass wir nochmal hier aufs 0618 kommen, auf dieses Niveau. Vielleicht sogar nochmal in die Distributionszone und es dann dann dementsprechend wieder nach unten geht. Das werden wir schauen, Entschuldigung, würde natürlich dann so auf Richtung Weihnachten wieder hinkommen. 2, 23. Dezember wird auf jeden Fall spannend. Bei XRP ist es so, wir nehmen hier auf jeden Fall noch die E-Mail Ribbon dazu. Wir haben ja hier gesagt, wir werden nach oben ausbrechen, sind auch nach oben ausgebrochen, haben unser Target erreicht, ja, also diese Pumpkästen, der war massiv, haben das Target erreicht, sind sogar nochmal hoch, haben hier aktuell wieder ein Double Top gebildet, ja, also jetzt ohne ein M-Pattern, ja, aber wir haben hier ein Double Top gebildet und dieses Double Top wird jetzt das Zeichen sein, ob wir eine leichte Verschnaufpause kriegen, wieder runter aufs 032 und dann weiter hoch. Das müssen wir gut beobachten. Die EMA ist sehr bullish, ja, wir haben uns genau hier bei diesem grossen Pump haben wir geswappt. Aus diesem Grund sehr, sehr interessant, wie wir hier nach oben kommen. Auch die langfristige M-CD, wir sehen, es ist so ein kleines Auf und Ab, ja, aber wir verlieren schon ein wenig an Stärke. Und der Bullen, also von diesem gesehen her, können wir sagen, es wäre möglich, dass wir hier noch einmal eine leichte, leichte Korrekturphase sehen. Leicht meine ich eben so irgendwas in dem Bereich, ja, dass wir hier nochmal abschwenken und dann nach oben kommen. Das ist wichtig, dass wir hier mit der EMA, ja, nicht jetzt noch einmal eine Kreuzung sehen, also dass es ein Wirrwarr gibt. Das wäre nicht gesund, das wäre schlecht. Sowas hier wäre wunderbar, ja, dann könnten wir nach oben kommen, müssen wir dann auch dann schauen, wo Wien die Reise dann gehen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann bereits schon wieder ein neues Rising Wedge dann bilden, so in die Richtung. Das müssen wir dann anschauen, aktuell nicht. Wir müssen das dann erst so in die Richtung machen, ja. Ja, das würde passen, Leute, würde sogar sehr gut passen. Wir nehmen das hier raus, das brauchen wir auch nicht mehr. Das hat sich ja bestätigt. Es ist sehr gut möglich, dass wir hier nochmal diesen Schwanker hier machen. Ja, das ist so ein zu steiles Rising für meinen Geschmack. Da kommt manchmal nicht wirklich viel raus, das wäre richtig schön. Dazu wäre mir aber lieb, wenn die RSI sich hier ein bisschen erholen kann und der Wink nicht so steil nach oben, sondern eher ein bisschen so in die Richtung geht. Das wäre dann ein optimales Zeichen für uns, zu sagen, okay, wir holen nochmal den Aufschwung und dann geht es nochmal Richtung hoch. Das ist gut möglich, dass hier wieder die 1-Dollar-Marke angestrebt wird. Sehr, sehr gut möglich, ja. Ich habe gestern nochmal sehr gross XRP nachgekauft, weil der Preis war für mich nochmal günstig. Ja, ich habe da nochmal nachgekauft. Und allgemein, alles unter 1 Dollar bei XRP, Freunde, könnt ihr jeden Monat etwas nachkaufen. Das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis. Ja, und unser Sorgenkind Cardano. Ich habe eingezeichnet, dass wir hier dieses Descending Triangle machen. Und dieses Descending Triangle, ich werde nachher alle Patterns durchspielen. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall immer wieder die Videos dazu schaut, damit ihr meine Überlegungs-, die Beweggründe auch verstehen könnt. Wir bilden hier weiterhin dieses Descending Triangle. Und dieses Descending Triangle, wir sehen, wir haben das Target hier unten bereits schon markiert. Ob wir genau auf 1,03 runtergehen, bezweifle ich noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, was sicher ist, dass die Bären versuchen, den Preis jetzt hier aktuell unter dieses Niveau zu drücken. Das wird mit aller Kraft versucht zu machen. Man muss auch hier sagen, alles, alles, Leute, in dieser Range, ich versuche das hier schnell mit dem, machen wir das mit dem hier, alles so ab, ja, 1,5,5, alles hier runter, Leute. Das ist so eine geile Range einzukaufen. Ehrlich, ich kaufe auch Monat für Monat noch ein bisschen nach hier, ja, immer wieder ein bisschen nach. Lohnt sich. Solange wir hier in dieser Preis-Range sind, völlig in Ordnung für mich. Völlig in Ordnung. Wird auf jeden Fall weiterhin sehr spannend. Ich glaube auch immer noch an das Projekt, an das Ökosystem von Cardano. Auch wenn ich immer noch ein bisschen enttäuscht bin. Ah, Hawkins hat sich übrigens gemeldet, soweit ich im Kopf habe. Oder habe ich das jetzt geträumt? Ne, habe ich nicht geträumt. Oder habe ich das geträumt? Das muss ich nachprüfen. Ich habe gedacht, und ich bin mir sicher, ich habe das gestern noch irgendwie gelesen, dass er sich gemeldet hat und gesagt hat, lasst euch nicht von dem aktuellen Preisniveau von Cardano täuschen. So, das war die Meldung von ihm. Ich bin mir aber auch nicht mehr 100% sicher. Also müssen wir aufpassen. Gut, hier sehr, sehr wichtig, nicht die Nerven verlieren. Dann haben wir Solana, ja, Solana hat gestern noch mal gesagt, passt auf, was wir hier gerade aktuell bilden. Ja, wir bilden ein Double M. Jetzt ist es so, was ist passiert? Ja, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig für die Leute, die das eben auch verstehen müssen. Wir traden, ab wann traden wir ein M-Pattern? Genau, ab der Neckline. Die Neckline wurde zwar durchbrochen, aber nicht bestätigt. Wir sind wieder zurück. Ja, also das ist jetzt aktuell, auch wenn ein Double Top immer eine sehr, sehr gute Ausgangslage ist, um dies eben zu traden, sehen wir hier aktuell, es hat nicht funktioniert. Ja, es hat nicht funktioniert. Das M-Pattern wäre aktuell hier unten, hat nicht. Jetzt sind wir aktuell ein bisschen zeitwärts mit leichtem Aufwind hier. Ja, man sieht es gut von der RSI hier unten. Also hier zeigt uns die RSI eher ein Aufwind nach oben statt. Und das kann jetzt sehr, sehr spannend werden, denn ich erwarte hier ebenfalls ein neues Rising Wedge, das sich dann auch bilden wird. Ja, das bedeutet jetzt, aktuell müssten wir irgendwie ein höheres High bilden, so in die Richtung, ja, dass wir hier nach oben kommen, damit wir danach auch, ja, unseren kleinen Picasso, ich werde das jetzt kurz hier wieder wegnehmen, da, mit zu viel Picasso hier drin, damit wir dann irgendwie, weil jetzt so wäre es ja so, ja, es kann natürlich dann auch zuerst mal, muss nicht ein Rising sein, es kann natürlich auch ein Ascending Triangle dann werden, ja, dann kommen wir dann irgendwie von hier unten nach oben, das wäre aktuell so, ungefähr diese Form, ja, die wir jetzt bilden, ja, sind abgelehnt worden, dann hier aktuell super, passt perfekt, dann müsste man hier, wir nehmen es ein bisschen kleiner, so, dann wäre ein Ausbruch nach oben in eher diese Richtung dann möglich, ja. Und jetzt seht ihr, wie schnell das Ganze eben auch gehen kann, ja. Man muss, Freunde, man muss und darf sich nicht, äh, nicht einfahren lassen, Target, auf ein Pattern, das man vielleicht mal gesehen hat, das ist sehr, sehr wichtig, wieso ist eigentlich das alles jetzt weiss? Wir haben doch uns auf pink gereinigt hier, hier auch, äh, das können wir wegnehmen, das ist nicht eingetreten, wird auch nicht mehr eingetreten, so in dem Stile, ja. Ja, also diese Neckline ist so wichtig, Leute, ich kann es nur wieder sagen, wenn, wenn ihr, ja, erfahrene Trader, lernt ihr bei mir im Coaching im Übrigen, wenn man sagt, ich gehe als Analyst und Profit-Trader, gehe ich hier einen Short ein, weil ich sehe, ich habe einen Double Top gebildet, akzeptiere ich, gehe ich einen Short ein, dann gehe ich hier wieder raus, hier gehe ich definitiv wieder raus, oder ziehe hier massive Profite und ziehe dann irgendwo in dem Bereich hier, dann mein Stop-Loss noch, dann habe ich zweimal Gewinne realisiert, einmal die 25% dann nochmal oben, also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man das richtig anwendet, Freunde, ja. Gut, ähm, dann ebenfalls wichtig, ja, wir sehen gerade die MICD, die kommt hier gerade wieder bullisch, ja, zwar in der bullischen Hälfte, muss man sagen, deshalb warte ich jetzt noch nicht der grosse hier Ansturm, ja, die Kurzfristige gibt uns Zeichen an, auch hier, ja, sieht sehr danach aus, dass wir hier vielleicht dann auch nochmal einen Triple Top bilden, kann gut sein, wenn wir aufpassen müssen, Vorsicht gelohnt, aber kommt gut. Dann Ethereum, Ethereum sind wir, ja, habe ich noch einmal gestern Abend für mich eingezeichnet, ähm, die Resistance und die Support-Linie, beides sehr wichtige Zonen, ja, sozusagen, ähm, wir sind zwar aktuell aus dem Ausbruch bei diesem Falling, aber, ganz wichtig, wir haben es noch nicht bestätigt, wir müssen es jetzt bestätigen, aktuell mit der neuen grünen, also mit der neuen Kerze, die müsste grün sein, damit wir nach oben kommen, oder zumindestens einen Retest auf der oberen Trendlinie haben. Wenn ich jetzt kommen will und sagen, okay, wir haben ein Ziel-Target und wir kommen von da unten und mein Target ist irgendwo hier oben, dann habe ich schon wieder durch die Fibonacci meine Levels, die sehr wichtig und entscheidend sind. Das bedeutet, dieses 0,5er hier müssen wir natürlich durchbrechen, absolut wichtig und bestätigen. Wenn wir es nicht schaffen, werden wir abgelehnt und gehen dann irgendwie in eine Seitwärtskonsolidierung, vielleicht noch mit einem leichten Trend nach unten. Da müssen wir aufpassen. Wichtig ist, hier durchzubrechen, nach oben zu kommen und diese Fibonacci-Levels könnt ihr nutzen, um eure Profite zu realisieren. Sehr, sehr wichtig. Ganz eng wird es dann hier oben bei der R1, wird dann ganz, ganz schwierig. Ob wir es noch schaffen, in den nächsten zwei Tagen da hochzukommen, das werden wir dann natürlich noch sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt und würde mich natürlich darüber freuen. So, liebe Freunde, das war es. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, einen Kommentar sowieso, das würde mich jetzt recht freuen. Dann würde ich sagen, das war es. Ganz liebe Grüße aus der Schweiz, bleibe geschont und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 ountyریale. Tschüss. Tschüss. Tcha... Es ist Video. ull beering дополнiert zЯt整.